Und nein, ich hab nicht die zentrierte Kamera an! Nein, hab ich nicht! Diesmal nicht! Ich würde sie retten können und abstauben. Jetzt solltest du weggehen. Oh ja! Ja! Weil was kaufst du dir bitte mit der Lester, Alter? Weil, wa? Willst du das Team trollen? Ja! Ich dachte doch am Anfang, wenn die mich trauen und bezeichnen Troll nicht rum! Ja, voll komisch. Wir haben trotzdem sieben, äh, acht Kills mehr als die. Ah, nieder! Und mir! Bloch! Ja! Dann! Ich mach meine, ich mach meine scheiß Passive von dem scheiß Spiel! Pass auf, die sind da alle! Niedergegner! Ein Gegner wurde getötet! Bist du einem Drecks KS anderes? So ein Drecks KS bist du? So ein Drecks KS bist du? Please report versus wegen KS, danke! Oh, ich hab keinen Bock auf die Diana! Mann, ich stirb! Ich will, dass du stirbst, was ist! Ach, nein, leider nicht zurückkicken! Warte mal, warte mal, warte mal, ich wollte dich noch irgendwie trinken! Nein, statt, warte mal! Bist du eine Frau? Bist du eine Frau? Bist du eine Frau? Ich bin, ich bin ein Mann, ich hab'n Bierbauch. Ich hab' jeden Namen, Schalke! Ja, ja, so sieht dein Charm aus! Bist nicht mal ein Laubbier zu trinken! Ähh, soll ich weit drauf gehen? Was macht der denn da? Oh mein Gott! Oh verdammt! Ich will den Double Kill, Alex! Good Job, Ace! Okay, was hol' ich mir nach Stärke der Dreieinigkeit? Ja! Was hol' ich mir nach Stärke der Dreieinigkeit? Nochmal! Hallo! Nach Stärke der Dreieinigkeit holst du dir ein schwarzes Beil! Schwarzes Beil! Ihr habt gehört's, meine lieben Freunde! Wir holten uns das schwarze Beil! Wir holten uns das schwarze Beil! Ich wohl! Mega Klopper! Oh! Holla! Was? Ach man! Oh, genau! Ich könnte ja eigentlich euch mal zeigen, was hier überhaupt abgeht! Der wär' nicht mal dir zugestanden! Ich weiß, aber ich wollte ihn trotzdem haben! Leck mich! Schau, dein Name steht wenigstens oben! Ja, Mann! Was... Wer pickt denn da so? Alex, ich glaub' wir sollten uns verküssen! Na gut! Ich mach das... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal! Lappe, leappe, ach so... ни Rex, äääh! Ich hab wel hungry, schwinde grad sind, etwas zu anfangen tick' ja. Et 함�enbゴst... Das hört sich echt gut an! Ja, Mann! Was solle man immer machen, wenn man Ranked-spielt! Ja, okay. Merkt euch das Kinder! Ähm, 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 Schult... Bei... Da hab ich eine Laterne hingestellt, eine Laterne, eine Laterne, Sonnen, Mond und Sterne! Ali? Ja? Ja, ich bin in Psychiatrie. Sonnen, Mond und Sterne ist auch. Das ist Gundam-Style, ja? Ja, Mann. Ich hab gehört, der ist tot. Deine Immortation, Wurz. Wieso kommt die sich ein? Der Nightwolf kriegt alles. Wenn er hat den Kegel. Es sei denn, Versus ist down, K. Ja, das, 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 das... Du meinst, Wohl, Versus ist down, macht die Bimblech. Ach, Allah, aber keine Scheißleiter. Mehr mehroh 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 mehroh... Korin-Rivemm-Ya-K jähmt dann vier Stunden mindestens keine. Erst Quarterregel, ich lauve... Ja, aber ganz ehrlich... MiNNдessTens?? Ja, aber Verwurz ist nirgelt das Prinzip, wenn einer viel hat, kann der andere auch mal was haben, oder? Ja, ähm... Wahrhaft ich konsid. Wir haben halt... Was machen wir jetzt hier? Wir warten im Anfang bringen... WIR Touchperaten? Und wir warten? Toll, ich bin in eine scheiß Falle getreten. Soll ich mal wieder? Soll ich wieder machen? Soll ich wieder machen? Nein, nein, mach nicht. Die halbe Wiese. Alter! Hat das auch gefeuert. Ja, ich will mal sagen, wieder. Alter, scheiß. Irgendwie hat das ziemlich weh getan. Gedanke, der Wirt, das hat gerockt. Aber sowas von... Ey gut, du spielst ja auch schon seit knapp 70 Folgen, die ein und dieselbe Person. Ja, kommen wir zusammen. Ich finde es lustig, wie sich Ellie immer wieder auf dieselbe Tatsache abruft. Ja, Tatsachen ist keine Lüge. Aber er ist richtig, ne? Richtig, es ist eine Tatsache. Aber er kann es halt damit dann auch, ne? Ja gut, das ist wahr. Ja. So lala. Liesel soll sich verteidigen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man später da mal richtig Ranked spielt, dann blicken irgendwann die Gegner seine Taktik durch mit der Person. Ja, aber man spielt doch nicht immer gegen dieselben Ranked, Alter. Es soll geschehen. Ellie, das musst du verstehen. Aber vielleicht spielt er irgendwann mal Wettbewerb, weil er so gut mit der Fiora geworden ist, dass er wirklich Weltmeister damit werden möchte. Michael, der wird's ja. Der wird höchst Weltmeister in Kill-Up stauen. Ich weiß nicht, dass ein Weltmeister. Und in was würdest du Weltmeister, mein Freund? Ähm, ich hab 13 Reihen und alle Ehrenhafter spielt. Oh. Ich hab 9, 7. Ich hab 2, 3, 5, 10. Ich hab 1, 6, 10 und ich bin wieder so ein Kack-Noob. Ich hab 9, 7 und mindestens... Ich hab 9, 7, Alex und mindestens 4, dass man taktisch geklaut. Taktisch geklaut. Taktisch geklaut. Und du meinst, deswegen macht das gut Rass? Ich wollte den schon wieder rüberkicken, Mann. Sag mal, pass mal auf den Neufall. Hey! Lass mir meinen Jungle! Hallo versus... Einen genommen. Ja, einen genommen. Wie zu schwarz, ich hab keinen einzigen bekommen. Einer ist keiner. Ich hab zwei genommen. Komm mal her, hier. Tropfel, Alter. Was denn? Oh, geh ist ja gar nicht. Das hasse ich so an versus. Ge ist übertrieben, Leute. Ich mach's. Ich muss nur einen gehen. Immer dieses Rumgeklaue von versus hier. Ja, was glaubst du überhaupt? Hast du euch in dein Geldbeutel geschaut? Ja, man. Wahrscheinlich gehst du. Ich bin mal gut da. Oha, da oben ist Nautilus. Der macht einen Splatt, gell? Nein. Wie nein? Der hat keinen Skill. Der hat keinen Skill. Der hat keinen Skill? Ich hab auch keinen Skill. Nur zur Erinnerung. Den wachsen bestimmt in Muschenampille. Es sind nicht alle Männer hier, ne? Im Game. Sondern? Bist du ne Frau, oder was? Bist du ne Frau, oder was? Bist du dann geschleppt, oder? Ja, Mann. Hast du ihn so zu verschweigen? Ja, was? Hast du ihn so zu verschwiegen? Nein. Na dann. Geil. Irgendwie auf Verdacht, sie sind beim Baron, oder? Ey, ey, pass auf, pass auf, pass auf! Ah, Mann! Oh, Mann! Oh, nein! Ich glaub, du bist du da nicht. Hey, renne nach rechts! Renne nach rechts rein! Rechts rein! Rechts rein! Bitte biegen sie rechts! Bitte biegen sie rechts! Ist sie jetzt nicht recht, Alter? Bist du? Wird denn? Kommt, und komm! Oh, verdammt. Grunde, weil ich noch ein Kapver. Alter, das ist so ein KS-er, Alter! Ohne Witze, Mann. Übertrieben, Alter. Versus, das ist echt. Ja, gut, es war jetzt nicht ausversehen. Jaaaah! Da kommt, oh mein Gott, da kommt, K desper ich , delayed So ein Wiezer Scheiss aber auch Nein Yo optisch täuscht Leys legst mal Fript auf Mio Was Lufi Lufi Ey, ihr sollt pushen? Ey, ihr sollt pushen? Nein, Wolf, du kriegst einen aufs Maul. Ich weiß. Ich bring jemanden mit. Block dich! Boah, danke. Danke, Jens. Ich block wenigstens. Hätte ich blocken sein? Fuh. Wollen wir Barrel machen? Nein. Tschüss. Was soll geschehen? Kann ich was kaufen? Nein. Hallo. Ich lauf jetzt mit dir. Nein, tu ich nicht. Okay, wir laufen zusammen. Wo laufen wir hin? Ruffl? Warte, warte, komm. Und ich mach Capoeira, oder was? Sexy Lady. Ruffl, haben die das neu eingefügt, oder was? Nein, das ist mit dem neuen Design von Links gekommen. Okay, und was hat er vorgetanzt? Keine Ahnung, ich glaub irgendwie. Der hat Tango getanzt. Äh, kommt mal da unten? Kommt dir mal her, kommt dir mal her. Baren, Alter. Baren, Alter. Baren, Alter. Ja, aber erst mal sagen, solche. Machen wir Baren. Nein. Kommt mal her, Mann. Baren machen. Wurft, Alter. Wurft, Alter. Erstmal in allen. Äh, aber ich kann nicht. Wurft mal den Gremann. Äh, vergiss das. Mal neu. Aber du, wenn du das willst, dann kriegst du die Dinger auch. Kann das sein? Du musst die Combo haben. Ich hab halt die Combo zum K. Zum Meister. Warum immer gegen mich? Die Dinger hilft. Nein, weil wir haben wir abnimmt. Gehen wir erst mal, gehen wir erst mal, ne? Nö. Ein Gegner wurde getötet. Ich hab wenig zu diesem Assis getötet. Ich auch. Ich weiß gar nicht für was. Ali, block dich! Ich block dich! Ich hab geblockt, aber nicht geblockt. Es soll geschehen. Hi, Ali. Danke. Und tschüss. Warum geh ich zurück? Ich will gar nicht zurück. Oder will ich zurück? Doch, ich will zurück. Was geht da denn? Ja, ich frag mich auch gerade. Guck mal, hier. Guck mal, wie ich mich heile, wenn ich rumstehe. Ja. Voll. Der Wörser hat ja keine Zeit zum rumstehen. Was hol ich mir denn nach, schwarzes Beil? Wieso gehst du eigentlich weg, Alter? Geh dessen. Äh, war Morgs Rüstung, gell? Oder? Ja, war Morgs Rüstung. Leute, wenn es so weitergeht, ist das Spiel geschlürft. Geschlürft? Wohin ist das denn jetzt her, Alter? Keine Ahnung. Weil ich gerade nicht anders kann. Ich krieg euch, ich krieg euch, ich krieg euch. Nein, ich krieg euch nicht. Ich krieg euch nicht. Ich krieg euch nicht. Ja, ich hab einen Kill. Wer wollte aufgeben? Ja, keiner von uns, glaub ich. Ja, Chins, warum willst du uns zu surrendern, Alter? Geh? Was bist du für ein Kack-Buhn? Oh, ne Scheiße. Warum hab ich eigentlich keinen Barion und alle anderen? Aha, aha, aha. Ja, ein Barion. Weil du gestorben bist? Ganz einfach? Nein, den hat man auch noch. Ja, sagte er, go with the team und dann. Ich hab meinen nur geklaut. Ich hab meinen geklaut. Von dem, den ich gerade gekillt hab. Da klaut er mir wieder den Jungle, weißt du? Oh ja. Toll, Red ist nicht da. Wie ist der Barion? Ja, gut. Willst du die Große? Äh, Karine. Ach, wo ich hin muss. Na, Larkali ist voll schlecht. Warum sagt Larkali voll schlecht? Boah, ich geh top. Ich geh top versus. Ich schalte hier mal so'n bisschen. Ja, lala, lala. Ich geh mit meiner Laterne. Ich feindliche Hilfsdaten. Pam, 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 pam. Oh, oh. Ich hab Angst. Kommt mir entgegen. Tut irgendwas. Den ist aber weg. Komm mal ganz schnell her. Oh, weiter nach vorne kam ich leider nicht mehr. Tut mir leid. Albert, du bist tot. Ich hab's einfach nicht weiter nach vorne geschafft. Sehr schön. Leute. Ey, Minion nach vorne. Warte auf deine Gruppe. Auf, Frau Köln. Gruppe. Das sieht nicht gut aus, weil ich der Einzige bin, der hier übertrieben feedet. Was ist gefeedet? Ich feide. Oh. Naja, versus hat genauso wie Tote. Aber ich hab mehr Kills. Ich darf keine Kills haben. Ich bin Jungler versus. Du darfst schon hart, aber ich krieg's. Bitte? Oh, ja. Ganz ruhig, Bruder. Ich hab die Kills halt übrig gelassen, den anderen. Einen hat er nicht. Auf. Oh, jetzt sieht's gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Ich komm auch noch dazu. Oh, du. Oh, das ist ja ein Doppelschitter. Ich komm rein. Renn doch. Puschen, Puschen, Puschen. Renn doch. Schubst ihn weg, schubst ihn weg. Renn doch. Ich bin gestandt. Renn doch. Ich halte hier auf den anderen. Der ist aber nicht geslaut. Auf den komm ich noch drauf. Geh wieder zurück, ey. Oh, Manni. Oh, Manni. Scheißegal, dann bist du noch Tank-Kicker. Ich hab dich gerade ernsthaft mit einem Klee gestritten. Ja. Nein, du nimmst den. Wir sind nicht wie Versys der Gegenseite. Ich glaub, wir machen vorher aus, wenn du kriegst. Nein, du nimmst den. Nein, du nimmst den. Okay, der Versys nimmt. Hallo, ich hab 20 Assists. Ja, ich bin Support-Reich. Ich hab 12 Assists. Ich hab 8 Assists. Warum hat man wohl so viele Assists, wenn Versys mitspielt? Ja, seltsam, gell? Ich probier mir, dass ich die letzte Runde mehr Assists hatte wie du. Oh, die sind alle schon wieder da. Ich glaub, die sind ja alle schon... Das muss er jetzt wieder ausgleichen. Die ganzen 2 Wochen, wo er nicht da war, ne? Ja, Mann. Ich wär geblickend gelangt, mich da wollte ich supporten. Ja, und wer von euch... Wer hat euch dann die Kills geklaut? Könnt ihr noch nicht an, ich will die Erfahrung mitkriegen. Ja, Karli ist da. Ich glaub, das wird nix, was? Ich will noch Level 18, bitte, 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 bitte. Ich will noch 1, NEIN! Warte, warte. Was ist das? Du hast keinen bekommen? Ich bin mit meinem King Zhao und meinem King Zhao rennt weg. Was? Du bist schon wohl nett, der Fall. Soll ich dir was denn helfen? Nein. Das siehst du doch. Brauchst du vielleicht den Rest? Komm mal her. Okay, okay, ich komme. Den hol ich mir selber. Ichbruchst du doch das. right, versuche ich mich drauf. Bin ich mir sie zurück zum Feier.